Und da sind wir wieder, ich wieder mit einer neuen Waffe am Start, Level 4, ne? Und jetzt haben wir die Arm-Korn. Und ein neues Messer. Oh! Ich werde mich gegen rennen und missern versuchen. Und spawnen direkt in der feindlichen Base. Das ist schon wieder ein Grund zum Ausrüsten. Scheiß, A-Cock. Ah, ne, ist ein Holographe. Ja, wieder noch ein, irgendwie so ein, zwei. Also ein, zwei Schuss oder so, hätten gereicht. Ich will Headshots machen, nur noch Headshots, nur noch Headshots. Das wir uns in den Aim-Oper haben nicht. Sauber, wie ich gesagt habe, ich kann mit der P90 umgehen. Hast du die gekoht? Ja, zwei Hits, äh, zwei Kills. Ein Debs. Oh, Blendgranate. Glaub ich jedenfalls. Könnte auch ein Teaser gewesen sein. Hab ihn. Hab ihn, hab ihn. Könnte ein Teaser gewesen sein. Deck mich mal. Ich weiß nicht, ich bin tot. Schon fertig. Komm. Oh Mann, nur. Da kommt gleich einer. Drei, wo? Achso, ja. Und ist v, R und 2. Da hat mich grad übelst getistet, ne? Ihr die Granate überlebt, der stand da drin. In der scheiß Granate, ich sterbe. Ich werde dich nehm Sturzschaden, ich hoffe nicht. Ich werde einen Kill, wow. Voll übertrieben, Junge. Hättest du schon wieder laufen an der Seite, wie ich's hasse. Ich hab schon gedacht, ich weiß nicht, weil ich falsch verbrunne, da steht da gleich ein Gegner, Alter. Ich hab schon das Verständnis, ein Gegner. Du wär ja gar kein Bock, Alter. Pepper sind gay. Ja, genau. Keinen von denen getötet. Klar. Ganz Magazin auf beide. Von hinten! Alter, ich hab gedacht, ich hab die Kontrolle. Alter, was ist das? Schieb dir den Bananen durchs Ohr. Schieb mir gleich echt ne Bananen durchs Ohr. Schieb dir denn wieder nen Raster? Ja, komm von hinten! Schieb mir gleich echt ne Bananen durchs Ohr. Ich hab kein Bock mehr, ich mach das still nicht mehr. Umso nicht, weil das gerade aus irgendeinem Grund anfängt, angefangen hat zu ruckeln. Ich hab nicht, warum. Ja, genau! Nimm doch mal gar keinen Schaden. Deine Frisse, ey. Ge-Bitch. Mann, Alter. Das ist geil. Nee, das ist scheiße. Oh, nee, das ist gut. Komm doch einfach aus dem letzten Loch raus! Ich kann nur wohnen so. Ja, gerne. Machen die immer gerne. Bis teabag, dann meine Leiche, Alter. Geh weg. Ernsthaft? Ernsthaft? Jetzt, jetzt, Rage-Level, deine Mutter wird zu machen. Weißt du, was jetzt kommt, Chello? Deine Mutter? Rage-Level, Mega-Chiller. Oh, das... Ja, aber was bin ich jetzt gestorben? Boah, ey. Das heißt, Papa, ich brauch morgen ne neue Maus. Ja, ja, jeder, der das sieht, muss wissen, Rage-Level, die Mega-Chiller geht, ähm... So, insofern ab, dass er irgendwas auf seinen Schreibtisch schmeißt, dass es kaputt geht. Und dann, ähm, jetzt richtig jetzt. Er lässt einmal, einmal... Oder was? Dann hetzt er das dann von seinem Sch... Und das dann auf seinen Schreibtisch, ähm, zerbrochen in seinen Fernseher, und er hat den Fernseher auch nicht geschmottet. Ja, ja, war eh bloß ein alter, äh, äh, was waren's? Ein 14-Zoller, glaube ich. Ja, trotzdem, das ist voll krassig, er ist geschmottet. Jetzt hab ich ihn zum 5.2, äh, so... Schwanz im Mund, Alter. Ey, ist klar. Warag, du kleiner Uhrensohn! Ich wollte mir jetzt nicht einfach erzählen, dass ich, dass ich bei, ähm, den ganzen Schuss, die ich in meinem Magazin habe, ich hab keinen Plan, wie viele da drin sind. Kannst ja mal nachzählen, neben deinem Fadenkreuz sind Punkte. Ähm, das sind die... Leck mich am Arsch, Alter, das ist die Munition für den Säge. Ich hab mal richtig scheiße angebracht. Weil der auf einmal Ghostcops macht, ne? Tschüss! Das war die Fernbedingung, die von meinem Schreibtisch gefallen ist. Aus? Mal sehen. Ja. Einer aus meiner Klasse ist der geil, ist am besten. Wenn der irgendwie, äh, der, wenn der MW3 auf den PS3 zockt, Alter. Der drückt jetzt so ab. Und ich halt einmal hab ich mein Handy genommen, äh, weil er gestorben ist, hat er gegen Rött geschmissen. Weil er einen Spader Moab gekillt wurde. Hab ich gesehen. Schilder, weißt du noch mal im Video? Hat er Spader Moab... Enden, enden... Ich weiß. Aber unsere Air nimmt das Handy, weil ich dabei zwei, ne? Ein Handy nimmt das Handy, nimmt das so... Klatscht das? Mann, den ganz Handy zerspringt. Hat er mir den Kopf zerplatzt. Weil er mich geneiftet hat. Ah, ich hab ne Killing Springer. Ach, leck mich am Arsch, Alter. Stirb doch einfach. Stirb. Ich such gleich mal nach der Runde neuen Server. Spatze drücken. Ja, das ist halt Spatze, Spatze. Wenn der nen Aimbot drin hat, dann lach ich. Ja. Lorenzo, oder wie der heißt. Ist Lorenzo? So-Renzo. Al-Alberdo? Einmal nix gegen Alberdo. Ey, überhaupt. Keine Werbung für YouTube. Okay. Nicht mal für dich selber. Ich werd nicht mit... Ey, lass mal dein Name von den Namens sagen. Die Stiftenbohr und so. Obst du erst mal nochmal ein Magazin von der Pistole verbannen, obwohl da gar keiner ist. Scheiß. What a fail, bitch. Kommt so ein Hardtude an, weißt du. Ja, okay, dann sehen wir uns im nächsten Part mit anderen Leuten. Tschüss.